Jo, willkommen zurück bei Part 6 jetzt. Wir sind hier immer noch im Vulkan und gehen jetzt wieder zurück zur Mansion, oder? Ich hab hier mit etwas Unsichtbarem beworfen. Ich hab immer noch Sticks. Warte, hab ich das. Nein. Komm, wir holen uns noch mehr Unsichtbares. Ey, die ist schon wieder so fett und verstopft alles. Du blödes, blödes, blödes Dinger. Was wollen wir? Wir müssen nur noch ins U-Boot, ne? Eigentlich. Ich hab noch mehr Unsichtbares. Ich hab vier Stück Unsichtbar. Äh, wir haben auch noch das komische Dingens hier. Na, wie heißt? Äh, Gravel-Teil. Ja, stimmt. Au. Er fällt natürlich runter. Au. Wollen wir uns gleich Hinweise holen, weil ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ja, wir haben es vorhin nicht gerallt, dann werden wir es auch nicht. Ah, warte. Wo sind denn hier die Hinweise? Hier ist hinter eins. In Z, hold, shift, warte. Achso. Wir fallen rein und ich schau nach. Warte, ich hol mir da mal. Achso, hier steht. Achso, das ist über. Ja, da reinwerfen. There are two solutions right now. This will be fixed soon. Supi. Ja. Heißt was? Also, machen wir mal toll. Wenn ich jetzt wüsste, welcher Schalter an und aus ist, wäre das Ganze viel einfacher. Die, die oben sind, sind an, aus. Wenn nicht, machen wir es gleich umgekehrt. Was ist das denn für ein Plan? Also, vielleicht doppelte Power und, äh, äh, so, wir machen doppelte Power. Was ist das Niedrigste, was wir hier applyen können? Das Allerniedrigste ist 900 und halbe Stufe. Dann haben wir 450. Wenn wir es dubbeln, haben wir 1800. Das haben wir aber auch hier. There are two solutions right now. Also, soll ich mal starten? Ja. Also, steht jetzt auf dem Niedrigsten? Ja. Wow. Ich drück den Knopf, du fällst runter. Das ist so geil. Ja, dann machen wir mal, sollen wir nochmal alle runter machen und die beiden hoch? Weißt du nicht, was jetzt an und aus ist? Alle hoch. Alle hoch. So. Two solutions. So. Also, zwei Lösungen. Gut, so weit bin ich auch schon. Ah, im Niedrigsten hat es nicht funktioniert. Mit dem höchsten? Das ist, glaube ich, 2700, oder? Ja, 2700 haben wir da drüben. Wo denn? Hier. Ach, da. Gut, dann drück mal. Und dann noch Double. Habt ihr Double an? Ja. Ja, ist an, okay. Start Motor. Aber vielleicht gibt es auch mehrere? Keine Ahnung. Es gibt zwei Möglichkeiten, hat es geheißen, ja. Austria, weißt du's? Ja, ich bin U-Boot-Techniker, ich weiß das. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, was aber bald gefixt wird. Siehst du? So weit bin ich schon. Lass mal alle runterlegen, einfach ganz stumpf. Vielleicht etwas, was... Vielleicht eben was, was dazwischen sein könnte, was halb so viel und doppelt so viel den gleichen Wert hat, obwohl es irgendwie gar kein Sinn mehr gibt. Ja, hier, nehmen wir, ähm, warte, was sagen wir hier? Können wir nicht Double-Po? Hm, nein, das ergibt keinen Sinn. Hm. There is a new solution, right now. This will be fixed soon. Wollen wir das U-Boot einfach als letztes machen, das ist was anderes? Ja, was haben wir denn noch? Äh, gute Frage, ich guck mal. Gar nichts. Doch, ich glaub schon, wir haben noch was. Ach, dieses ist die Steinrätsel da vorne. Ja. Genau, das Steinrätsel. Komm. Ich bin runtergefallen. Mongo, Mongo. Oh, runter ins Wasser. Ja. Oh, Eddie, warum hast du denn was unsicheres haben? Ja, per. Oh, ich seh's. Es hat Schatten. Ja, Schatten hat's, aber sonst nichts. Eddie, kommst du? Ich glaub, ich muss einmal um die Insel schwimmen. Nein, du kannst da hoch, schon, Mongo. Nein, du kannst beim U-Boot hoch, vorne. Ich bin hier vorhin auch schon runtergefallen. Du musst hier drauf, dann ganz an den Rand. Siehst du? Hm, okay, warte. Mit Sprinten. Achso. Hier, was Unsicheres. Eddie, Eddie, Sprinten und Springen. Wie wär's? Ja, guck. Hast du gut gemacht. Ich hab mich verwirrt, weil du Schiff gesagt hast. Niemand hat Schiff gesagt. Du hast gesagt, mit Schiff da hinstellen. Und da hab ich Schiff in meinem Rennen gedrückt. Ja, hast du Schiff gedrückt. Ich weiß es nicht. Okay, hier müssen wir wohl über... Wohl über über... Hinweise nehmen, ja. Oh, nehmen wir direkt den dritten. Genau. Okay, nur meinen ersten. Das ist der erste. Jetzt steht er. Ich schau ab. Wie schön sei du hier. Ich schau wieder. Guck mal mit deinem nachgucken, ey. Ob's daneben gekommen ist. Ich will auch mal gucken. Ich hab noch nie geguckt. Walk around if... Ah, okay, ich hab's. Ich weiß, wie's geht. Ich dachte es mir schon. Wir müssen hier hinunter. Da ist irgendwo was. Distanz. Irgendwie kommen wir mit meiner Aufnahme immer zum U-Boot und zu dem Teil hier. Ist das schon aufgefallen? Wie sieht das Zeichen denn nochmal aus? Hm, so ein F. Das war das F. Oh, fuck, auftauchen. Ein F. Das geht doch nur von oben oder so aus. Keine Ahnung. Okay, gucken wir noch auf der anderen Seite. Irgendwer kann schon mal den zweiten Hinweis draschalten, ne? Ey, die machen wir mal. Ich hör hier im Portal. Na, wenn wir jetzt erstmal gucken... Dann brauchen wir jetzt doch nicht den zweiten Hinweis. So einfach so sollen wir uns jetzt auch nicht machen. Ich bin sicher, dass es das F war. Ich guck nur mal den Menschen nach. Ja, das ist sicher das F. Also, Respekt an den Bauer. Ziemlich kompliziert. Mhm. Und ich hab noch immer keinen Plan, wie das Ganze funktionieren soll. Aber ich schätze irgendwie, dass es hier dann runter geht. Mhm. Ja, das stimmt. Weil sonst hört man ein Portal. Echt? Ich hab's nicht gehört. Vielleicht kommt man da auch später nur raus. Ja, ja. Hier ist das Ausgangsportal. Irgendwo unten. Ja, ich hol den zweiten. Diesmal lees ich. Kannst vergessen. Ich... Geh... Piss dich! Hä? Du musst mich verarschen. Ich hab da einen reingeworfen. Ja. Da ist keiner... Doch, da liegt einer, aber der hat die Pressureplate nicht aktiviert. Du musst zwei reinwerfen. Da ist noch einer auf der anderen Seite, du Mongo-Bongo. Achso, ups. Hast du da ist noch einen reingeworfen? Äh... Nein, aber ich hab aus... Das ist hin drei. Entschuldigung, ich hab vergessen, ist da. Oder? War das hin zwei? Das ist zwei. Boah, ich kann gar nicht fehlen. Zwei gibt's halt zwei Diamanten. So. You are looking for two letters. Hä? What? Oh, um zwei. In drei. Geht schon hin drei. Jetzt bin ich aber dran. Da brauchen wir auch noch einen. Have you found them now? Where could you enter them? Toll. Das ist super. Ey, die Hinweise sind für'n Rotz, sind die, ey. Ich will mein Geld zurück. Aber ehrlich. Warte, dieses Teil hier, ist das vielleicht ein Buchstabe irgendwie? Aber wo könnten wir die entern? Was? Hey, Cripple. Au. Was? Wir müssen die Buchstaben hier rausfinden. Irgendwas hier ist ein Buchstaben. Irgendwas Buchstaben. 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 Nee, ehrlich. Das Teil hat zwei Buchstaben. Und die Buchstaben in der Mansion eingeben bei diesen Schaltern dort unten. Das Teil? Hä? Ich glaub nicht, dass... Nein, die Buchstaben sind die, die wir in den Dingern gefunden haben. Nein. Nein, wir brauchen zwei verdammte Buchstaben. Und das Teil hier gibt wahrscheinlich zwei Buchstaben wieder. Und diese zwei Buchstaben müssen wir dann unten in der Mansion eintragen. Das sind nämlich welche. Winnie, was hast du genommen? Alter, da unten ist ein fetter Schalter mit allen Buchstaben. Ja, aber so... Irgendwie kommst du mir vor, als wärst du heim. Also das hier unten ist ein D, würde ich mal sagen. Ja, das könnte es sein. Ja, das ist ein D. Ein D. Nein, wenn du dir den Arm da weglässt, das Ding, wo Pickel gar drauf klettert, dann ist das ein C. Ich probier's einfach mal aus. C, D. Stimmt eigentlich. Compact Disc. Ja. Hoho. Los, Eddy, komm her. Komm her, sofort. Warte noch, bis Eddy da ist. Ich hab noch... Ich hab mein Minecraft auszudehnen. Ich hab mein Minecraft weggeworfen. Oh. Doppelter Free Six. Ja, und was haben die HBT jetzt damit zu tun? HBT-CD. Keine Ahnung, der macht das C-D-Sand, das wird immer noch dran. Lass mich raten. Look on the map and... Have you found the five letters write in light, okay, das ist die, die wir brauchen. Also CD, HBT. Das ergibt keinen Sinn. Das ist ein Code. T. HBT. Das B ist noch nicht. Äh, HBT-CD. HBT. Haben wir das Teil schon gepowert jetzt? Im, äh, Dingens, im Vulkan? Äh, ich glaub schon, ja. Mal schauen. Eddy, mach noch, mach noch da die Diamanten rein, damit wir wissen, was das noch alles ist mit der Map. Nein, das heißt doch nur, dass da Sachen versteckt sind. Ich schau noch mal, ob der gepowert ist. I guess the power level is hidden on the island. Das ist dieses Ding da unten, vielleicht musst du noch aufhören. Und, ist jetzt was? Ja. Ja, ja, alle Türen sind offen, alle Türen sind offen. Was? Wieso, was war denn? Ich hab's dir doch gesagt. HBT-CD? Ach, dann war die... Ach, wir sind falsch. Äh, die Order of the U.S., wir haben das falsch gemacht. Zuerst muss das Monument sein, dann die Obelisten, Mansionen, dann Vulkan. Egal. So. Was ist das hier? 7,12... Da, die Lösung. 3.900 KW. Ah, wir müssen insgesamt 3.900... Dann müssen wir das 3.900 dubbeln von 1.000? Nein, schau, wir müssen es schaffen, dass insgesamt 3.900 rauskommt. Okay, perfekt. Das ist saugeil, die Mapier. Warte, ich mach das mit, die. Äh, Vini, schau einfach nur auf die Uhr. Ich bin auf der Uhr. Gut, äh... Also mach mal halbe Power. Halbe? Was ist jetzt nochmal, oben ist, oben ist aktiviert, also machen wir Half-Power. Ah, oben ist nicht aktiviert. Unten ist aktiviert. Also die Hälfte. Jetzt müssen wir 3.900 schaffen. So. Die Hälfte, dann... Nein. Hier haben wir 1.100. Wir müssen insgesamt 3.900 schaffen. Ja, und... Das heißt, wir brauchen 7.800. Nein. Doch. Wir brauchen 7.800 kW. Schau, wir müssen... Seid leise. Lass mich mal erklären. Wir brauchen 3.900 kW. Und wir können es schaffen, indem wir die doppelte Power benutzen und dann immer halt nur weniger. Oder wir nehmen die Half-Power. Die Half-Power, deswegen sind es zwei Solutions. Ja. Ach, Forsten. Ja. Das sind die... Dann nehmen wir die Half-Power und was müssen wir da jetzt umlegen? Jetzt müssen wir insgesamt 3.900 schaffen. So. Also, das wäre... Dann nehmen wir mal die 2.700, oder? Das wäre schon mal das höchste. Wir nehmen die halbe Power, 1.800. Jetzt fehlen noch 3.000. 2.000. 2.000. Was? Also wenn... Schau... Also kannst du nicht zählen. Die Hälfte von 1.800. Das ist 900, nicht 800. Wieso? Ach, wir machen Half-Power. Das heißt... Ja, wir können auch mehrere aktivieren, du Forsten. Wir brauchen jetzt 7.800. Nein. 7.800, davon die halbe Power sind 3.900. Ich rechne schon damit die Hälfte. Oh, okay. 900 plus 1.250. 2.150. Warum wir noch irgendwas mit 500? 4.500. Da können wir noch was machen. Da, hier. 9.50. 9.50. Das wären dann... 800 brauchen wir noch. Gibt es einen 1.600er-Schalter? Es gibt einen 1.300er. Toll. Warte, warte, warte. Nein, das ist falsch. Okay, dann fangen wir an. Machen wir alle nochmal hoch. Ups, Entschuldigung. Ja, war oben. Fangen wir mit dem hohen an. 2.000... Dann fangen wir... 1.100 habe ich jetzt. Okay, 1.100. Nehmen wir alle mal, wo keine 50 hinten dran kommen. Ja, gut. Dann machen wir noch... 2.000. Hier. Gut, dann haben wir jetzt 2.100. Nein, 2.000. 1.100 plus 900. Jetzt brauchen wir noch 1.900. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, oder? Ja, machen wir. Das beim nächsten Mal, bei mir dann. Gut. Alles klar. Tschüss. Bis gleich.